So, die Kinderschuh-Tante hat schon mal was vorbereitet. Wie schon sagte, das große Thema Halbschuhe, weil die Halbschuhe sind ja sozusagen die Allraunder schlechthin. Sie begleiten uns im Grunde genommen das ganze Jahr über und gibt es natürlich in zig verschiedenen Ausführungen, was aber trotzdem alles unter diese Oberrubrik Halbschuh mit hineinführt. Das heißt, wie ihr schon in meiner kleinen Auswahl hier seht, den Halbschuh gibt es in geschlossener Variante und damit dominieren natürlich die zwei Untergruppen, nämlich die Schnürer und die Kletting. Dann gibt es die natürlich auch in der breiten Palette der Sport- und Trekking-Schuhe, sowie dann auch hier in dem halboffenen Bereich für die wärmeren Jahreszeiten. Der Halbschuh ist sozusagen der Allraunder schlechthin, weil er endet unterhalb des Knöchels, bindet also den oberen Teil des Fußes gar nicht mehr mit ein. Also das, was oberhalb des Knöchels liegt, ist sozusagen frei. Hat natürlich auch den Vorteil, ich habe dann hier mit dem Sitz im Schuh natürlich eine größtmögliche Bewegungsfreiheit, deswegen auch für leichtere Strecken oder, ich sage jetzt mal, nicht so unwegsames Gelände, längere Spaziergänge eignet sich auf jeden Fall, auch so ein Trekking-Schuh. Auch hier wieder die Besonderheit ist, wenn man dieser stark gepolsterte Abschluss oben im Schaft, sodass der Fuß richtig schön eingebettet ist. Natürlich eher auch wieder sehr markant mit einer wunderbaren profilierten Sohle, die auch einen wunderbaren Grip hat und natürlich hier mit einer leichten Spitzenverstärkung, damit, wenn ich doch mal bei leichten Geröll oder so unterwegs bin, da einen sicheren Schutz für den Fuß mit habe. Die Optik, wie gesagt, unterscheidet sich immens. Von Glattleder über Rauleder können wir alles haben. Von sportlich bis elegant ist bei dem Halbschuh alles machbar. Man muss halt bloß wissen, für was und für welche Gelegenheiten brauche ich es. Dadurch, dass es jetzt hier um Kinderschuhe geht, stelle ich jetzt mal so die gängigsten Typen vor. Den Trekking-Schuh hatte ich schon mal mit erwähnt gehabt. Dann kommt, wie gesagt, der leichte Klettverschluss dazu. Und auch hier sieht man ja schon wieder, wie vielfältig das ist. Ich habe zum einen mal einen Schuh für einen besonders schlanken Fuß. Dann habe ich hier einen Schuh von einem Lieferanten, der in der mittel- bzw. breiteren Ausführung eines Barfußmodells zu haben ist. Und auf dieser Sohle basierend gibt es natürlich dann auch noch zig andere verschiedene Modelle in verschiedenen Ausführungen und Designs. Aber Klettverschlussschuhe sind für Kinder immer einfach zu handeln. Zumal auch mit einem schönen Zweierklett, muss ich immer sagen, ist es super toll. Man kann es oberhalb am Schaftabschluss regulieren und dann nochmal selbst über dem Fußrücken selber. Aber damit habe ich natürlich eine schöne breite Fixierung des Fußes. Es sorgt für einen ordentlichen Halt. Wenn ich den Schuh ordentlich zumache, schlappe ich auch nicht raus. Die etwas feinere, elegantere Variante ist zum Beispiel dann der sogenannte Spangenschuh. Oder auch hier nochmal eine sogenannte T-Spange ist abgeleitet von diesem Mittelsteg. Auch hier wieder unterscheiden wir elegant, ein bisschen sportlich, alltagstauglich. Auch hier wieder tausend mindestens verschiedene Ausführungen, Farben, Designs. Will ich es klassisch, will ich es elegant, brauche ich es für einen festlichen Anlass? Soll es alltagstauglich sein, vielleicht sogar noch mit einer schönen Spitze, weil mein Kind gerne Bobbycar fährt? Dann sollte man sich natürlich dann im Vorfeld immer informieren, was gibt es, was brauche ich, was kaufe ich? So, der Klassiker schlechthin und davon ist ja eigentlich auch alles abgeleitet, ist sozusagen der Schnürschuh. Den gab es schon von Anfang an, weil Klettverschlüsse gibt es ja erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts, des 21. Jahrhunderts. Genau. So, und der Schnürsenkel an sich ist natürlich für Kinder jetzt nicht unbedingt der Nonplusultraschuh, weil Kinder erst ab einem gewissen Alter mit einem Schnürsenkel umgehen können. Dennoch ist der Schnürsenkelschuh, ich sage mal immer die Basis für viele, gerade für schlankere Füße, weil man ihn halt sehr schön optimal auf den Fuß mit einstellen kann. Generell werden bei uns im Fachgeschäft die Schnürsenkelschuhe weniger nachgefragt. Es gibt aber Spezialgeschäfte für Kinderschuhe, die verkaufen nur diese Variante, weil die Inhaber demzufolge dermaßen überzeugt sind von einem Schnürsenkelschuh, vom Halt, vom Sitz, von der Passform, dass die den Klettverschluss total ablehnen. Das muss aber jeder mit sich selber ausmachen, sage ich immer wieder. Und jeder darf natürlich dann immer sich im Sortiment mal umschauen, sich die Auswahl mal zu Gemüte führen und gucken, was ist für mein Bambino, Bambini das Beste, das, was ich gerne haben möchte. So, wir legen natürlich hier bei uns im Fachgeschäft in Leipzig natürlich immer ein großes Augenmerk auf den Schutz des Schuhs nach vorne hin. Das heißt, gerade durch diese Fortbewegungsmittel, die es so im Kindesalter gibt, da will ich gar nicht mit dem Roller oder sowas. Es gibt ja auch Skateboards, es gibt das Bobbycar, das Laufrad und was es da nicht noch alles gibt. Alles das, wo eigentlich die Schuhspitze sehr stark beansprucht wird und wo man natürlich auch ganz schnell einen Schuh kaputt machen kann. Das muss man dann immer sehen. Wie aktiv ist mein Kind? Es gibt natürlich auch durchaus Kinder, das will ich jetzt gar nicht absprechen, die sind eher die ruhige Fraktion. Die interessieren sich mal für dieses technische Gefährt, aber sind jetzt nicht so die hauptaktiven Fortbewegungsmittel für das kleine Mäuschen. So, und demzufolge muss ich dann bei der Auswahl des Schuhes dann ein bisschen darauf achten, für welche Eigenschaften ich oder welche Eigenschaften der Schuh dann eigentlich haben sollte. Wie ihr seht, generell kann ich das das ganze Jahr übertragen. Ist es wärmer, dann natürlich auch gerne in so einer offenen Variante. Ihr seht hier bei diesem Modell, durch die Katz in der Ferse kommt auch da nochmal ein bisschen Luft rein. Ich sage dann immer Klimaanlage inklusive. Ja, aber es ist und bleibt dadurch, weil er eben halt diese geschlossene Form hat, die geschlossene Fersenkappe und auch hier immer noch diesen leichten Rand, zählt er immer noch mit zu den Oberbegriff Halbschuhe. So, wieder was dazu gelernt. Generell, alle Varianten sind machbar, das hatte ich schon erwähnt. Wann trägt man sie hauptsächlich? Ich sage mal, für die Kinder ist es immer der Frühling, der Sommer, der Herbst. So, im Winter habe ich ja meistens dann die höheren Modelle an, die dann sowieso den Knüschel einbinden und sogar noch darüber hinausgehen. Aber das sind so diese Hauptjahreszeiten oder, ja, Jahreszeiten, wo man sagen kann, da trägt ein Kind den Halbschuh. Und dann muss ich natürlich immer eins beachten, wie doll schwitzt mein Kind. Fange ich jetzt schon im Mai an, einen offenen Schuh zu tragen oder mache ich das dann wirklich erst im Hochsommer? Aber auch das müssen Eltern alleine entscheiden. Kinder werden es nicht sagen. In diesem Sinne, wir haben ja auch dann noch ein Video zu dem Thema, wie doll schwitzt mein Kind oder Schwitzefuß, was mache ich? Auch dazu kann man sich dann gerne mal informieren, wie zu den vielen anderen Themen auch. Und an dieser Stelle ein lieber Gruß an unsere kleinen Abonnenten, die so fleißig uns da geliked haben und auch ihnen wieder mal noch eine kleine Nachricht oder ein Feedback hinterlassen. Freut uns immer. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen.